Hey Leute, was geht? Willkommen zum weiteren Video, nämlich vom Best R3 Runde 2. Ich würde sagen, wir legen sofort los. 3 zu 1. Los geht's. Also wenn Rockpack 20 hat, du nimmst die Blöcke schonmal für Rockpad und dann gib mir Rockpad gleich das Eisen. Schmeiß am besten in eine Richtung hin. In die Richtung hier. Und dann geht ihr beide schonmal vor. Geschopfen war Rockpad. Du musst die Mitte dominieren. Ich habe keine Blöcke. Ich baue, ich baue. Komm, 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 komm. Ich baue. Hab schon, hab schon, hab schon. Deswegen kommen die bitte so schnell in die Mitte. Hab schon. Future, red doch. Achtung, Moby kommt. Achtung, Achtung, Achtung. Wie viel HP hat er? Achtung, Trucker, Trucker. Ich bin tot. Ja, nochmal 5. Nochmal weitere 5 Dias. Okay, ich komme schnell wieder zurück in die Mitte. Du hast die 4 Emeralds, copy noch geschafft? Ja, ich habe 5, ich habe 5. Ich baue noch 3. 3 für was? 3 Emeralds, dann kann ich mit dir, aber es dann kann ich auch beim Rush ich. Oh ne, die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen in der Gruppe. Mit Lederarmor und Steinschwert. Uiuiui. Dann haltet ihr die schon mal ab. Okay, also ich habe einen Fight gegen Moby und der andere kommt zu euch. Soll ich die erst holen oder warten? Wir warten erst mal, wenn du zurück bist. Und die Diamanten, wenn du jemanden dabei hast, natürlich. Dieser, dieser Lose der Mitte ist halt wirklich das echt schlimmste uns. Ja, aber wir dürfen auch jetzt, wenn wir jetzt verlieren, dann haben wir ja verloren. Dann wäre raus. Aber wenn jetzt wir verlieren würden, spielt man dann noch ein Match, oder um es schneller zu machen? Nein. Wenn wir jetzt verlieren sind, wir kommen jetzt raus. Für immer. Es nimmt doch keiner mehr an, wenn wir jetzt verlieren. Okay, ich baue nen Bow. Warte, was ich Eisenschwert habe. Okay. Habe ich jetzt schon okay. Ein paar Böcke. Ah, Diatypi kommt. Oh, der hat mich aber hochgeboostet. Hochgeboostet? Oh, Leute. Sieht schon, dass wir verlieren werden. Nein, wir werden gewinnen. Ah. Junge, was geht bei dir denn da ab, Alter? Keine Ahnung. Okay, ich komme wieder zurück mit nem ML. Ja, Blau kommt, Blau kommt, der ist nicht der. Ich versuche den irgendwie von der Seite zu knocken. Vom Weeg runter. Man bleibt ja auch nicht auf dem Weg. Ich bin aber egal. Ja, ich wollte noch auf ihn schießen, aber... Ich habe jetzt viele Blöcke und versuche mit Scherr oder Lapps zu spielen. Hier, 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 da, da, da. Nimm den, nimm den. Einer ist da wieder, ein neuer Emerald. Am besten Hinding für Dings, für äh, äh, Futur. Ich spüre ordentlichkeit. Schlegge, schlegge, schlegge. So. Ja, aber wir, wir müssen komplett Eisen sein. Auf der Tore? Leben sie noch? Hallo, hört man mich jetzt wieder? Ja, ja, hallo, hallo. So, hört man mich überhaupt? Ja, ja. Am besten Alex, leh sofort und hol... Aber wie viele jemanden haben wir jetzt noch? Einen. Boyd Nummer 3, dann kannst du Dings Invisible Potion. Die kommen, 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 die kommen. Zwei kommen. Ich hole dir unter. Nein. Ah, ja, nein. Ach, nee. Die bauen. Komm, weg. Nein. Oh Gott, TNT, Achtung. Oh Gott, TNT, Achtung. Oh. Ah. Eieiuch. Oh, Hilfe, Leute, die haben mich eingebautet, die haben mich eingebautet. Oh, Junge. Alter. Oh Gott, ey, was war denn das gerade von denen? Ey, ich helf hier. Boah, die können aber gut klicken. Uff. Den krieg ich nicht runter. Ich hab... Ah, wir sind... Wann werden denn eigentlich die Betten, die Spot? 15 Minuten. Ey, komm hier, wo bist du? Der ist schon unterwegs. Ich bin gerade wieder. Ich habe vergessen, TNT zu kaufen. Ähm, wir brauchen... Ach, Alter, kommt da rein. Alter, der ist hier, der ist hier. Einer, einer kommt da. Ah. Er hat aber keinen Crossbow, das sag ich euch. Achtung, damit wir hier nicht runterfallen. Kommt noch einer, da kommt noch einer. Ah. Ja, der ist weg, der ist weg, der ist weg, der ist weg. So, stimmt. Ach, nö, wieso hast du keine Balloons, hör ich. Ich komm auch mit, ich hab Balloons. Die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen. Ihr habt aber Balloons. Ah. Spiel. Jetzt, jetzt rüber. Du auch nimmer auf. Ihr habt aber noch Balloons. Ah, ja. Achso, jetzt keine mehr. Wenn du nur einmal gebohrt wirst, dann bist du tot. Ja, aber den hier hat mega Knockback. Ach, kacke, da steht einer bei denen. Die haben Holz, die haben Holz, die haben Holz. Oh Gott, ich werde fallen. Ohhhh, komm schon. Ja. Also, Koppi, das wird der... Ohhhh, Feuer. Hat jemand ne Axt? Oh, die haben aber Kacem, komm. Tot. Ach, Haros. Der Alex nennt einen Vlog auf. Ich erhilfe die. Ey, die haben wir einfach eingebaut. Unfair. Wir haben den einfach ohne reden eingebaut. Komm, 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 komm. Oh, ja, Ripp. Rippidi, Rippidi. Ja, leider haben wir nicht gewonnen. Schade auch. Wer aber zu cool gewesen hat, muss sagen, das waren auch echt heftige Schwitzer. Aber ich würde sagen, wenn das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr hier ehemaligen seid oder auch ehemalige Frauen, einfach mal ein Abo da. Aktiv die Glocke, um nichts mehr zu verpassen von Bad Wars. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, Leute. Und... Ciao.